Was geht ab, Bibi, Assalamu alaikum, Moin Meister, wir sind heute hier im Mui Park, heute bei der Horrorshow, ja, wir sind gerade reinkommen hier in den Park, gucken wir mal, was hier abgeht, ich denke mal, wir gehen jetzt ein bisschen durch hier, ein bisschen durchstöbern, ich habe gerade schon gesehen, da hinten ist auch schon diese Halloween-Welt aufgebaut, da vorne, mit dem Kürbissen, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen los, wir nehmen euch einfach mal mit, ich hoffe, man hört uns auch jetzt hier, weil es irgendwie relativ laut ist, deswegen würde ich sagen, gehen wir schon mal los, let's go! Musik 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 Kriegst du Oscar? Und der Oscar geht auch? Ich bin der Oscar! Du willst der Oscar? Ja Leute, das geht ab, wir haben gerade Blutsirup verkauft, echtes Blut natürlich. Gib mir jetzt mal das Blutsirup, hier einfach auf einmal original so eine Blutkonserve geholt, zum wegsauchen. Und ein Gehirn zum Essen. Und ein Gehirn zum Essen. Haben ein paar harte Bock auf dem Gehirn, weißt du? So geil, ist auch richtig weich. Das Ding ist, es sieht sich voll eklig an, ne? Ja. Das sieht sich so richtig, so bleibig an. Und ich sage, weiter geht's. Ich würde gerne damit fahren, ich liebe Wasserrutschen über alles, aber zu kalt. Ja und hinterher dann wieder nass und dann tot morgens. Und die Kamera. Auf geht's. Oh mein Auge ist ruiniert. Jetzt geht der Horror los, ey. Jetzt. Bereit? Ja. Wir müssen auf jeden Fall noch das Tor finden, ne? Das Horrortor müssen wir noch finden, ne? Ja. Ja. Das ist bestimmt hier irgendwo ja. Untertitelung. BR 2018 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 Oh mein Gott, einfach mit Ketzensiegel, Digga. Mega geil. So nach Benzin. Das ist krank, ne? Das ist krank. Das ist krank. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So Leute, wir sind eingerüstet, wir sind jetzt Wasserfest, weil es hier angefangen zu richten hier, jetzt sind wir beim Wasserfest, jetzt können wir loslaufen, dann würde ich sagen, hier wir los!